So da da, hi Leute und willkommen zurück zu Dust and Vision Tail. Nach ein paar kleinen Anfangsschwierigkeiten, weil es durch ein Update hat es mir ein bisschen die ganzen Video Anzeigen ein wenig verhauen. Aber jetzt kann ich starten und jetzt geht's los. Ich wollte es nicht glauben, aber Cassius arbeitet mit den Moonbloods. Er hat sich gegen uns gehalten. Das wird für mich zu entscheiden. Unsere Schritte werden in der Moonblood-Camp, von dem ich sicher bin. Ich spreche mit ihm persönlich. Ist das... wise? Unsere Glück ist alles aber sicher, Commander. Wir haben sie 10 zu 1. Wir haben eine größere Technologie. Und wir haben die Elemente der Überraschung. Aber warum willkommen diesen rogue Element? Er hat bereits slain deine eigenen Soldaten. Was mehr Proof du brauchst, dass er ein Traitor für unsere Cause ist? Cassius ist gar nicht ein rogue Element, Commander. Die Moonbloods haben seine Meinung verhauen, und ihn verhauen, um diese Dinge gegen uns zu tun. Wenn ich mit ihm spreche, wenn er er wirklich ist, dann wird er wieder zurück. Aber... Ja, Herr. Als du möchtest. Cassius, mein altes Freund. So lange, wie du Wunderschöne, ich werde was ich kann, um deine verletzten Meinung zu retten. Ich versuche es dir. in meinen Höhlen. Und den Schnee abliefern. Das muss sein. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Das ist eigentlich wichtig, finde ich. Das hat so ein bisschen was mit meinem Seelenfrieden zu tun. Ansonsten kann ich heute Nacht ganz schlecht schlafen, und das wollte ich nicht. Dann bin ich quengelig, und dann ist alles scheiße. Überhaupt nicht sowieso. So, wo ist mein kleiner Freund hier? Zuhause? Nein? Äh, ich glaube, der wird immer am Friedhof. Mist. Bin ich komplett falsch abgebogen. Ähm, ups. Ah! Ah! Der war also zu doof zum Klettern. Wie immer. Stimmt, ich habe ja... Ach, ich habe ja den Doppelsprung. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Was willst du? Vibe! Sprich! Hallo wieder, Flo-Hop. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, du bist gut. Wir haben ein paar Klumpen von Reden-Moss für dich. Oh mein, ja! Diese sind hervorragend. Die werden mir lange dauern. Hier. Warum bleibst du noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Soap. Das ist sicher das beste Soap, das du jemals hattest. Ah! Ich empfehle den Offen, aber wir sind ein bisschen in der Zeit. Also, ich werde es gehen. Das ist eine gute Idee. Alles klar. Hier geht's. Spaß! Danke, Flo-Hop. Seid euch. Mission abgeschlossen. Oh, das muss. Was haben wir dafür gekriegt? Was? Troikvergeltung? Okay. Bis. War das verwirrt. Gappy! We found your sheep, Gappy. They didn't seem too concerned about being lost. I always have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're a good people. Here, have some wool from my flock. Trust me, this is prized stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mudpark. Yay! So, da haben wir den nächsten. Da sind die schwarzen Schafe, die wir gesammelt haben. Yay! Hm? Wo ist der Kleine? Irgendwo war der doch, oder nicht? Wo ist der? Das ist hier falsch. Wui! So. Oder gibt es auch noch einen Schatz, irgendwo? Oh! So, für dich habe ich angeblich auch was fertig. Ja. Ja, ich bin gelernter Zahnarzt, ne? Ich kann alle Kiefer wieder einrenken. Wo ist der kleine? Scheiße. Äh, ich meine natürlich, verdammter Mist. Smobob. Ah, ein Resonanzstein vielleicht. Ja. Ja. Ich muss jetzt nur stark sein. Für Mama. Ja. Vielen Dank, Dust, für alles. Ja. Damit haben wir den letzten Wunsch von ihm praktisch für seinen Vater erfüllt. Ein Regenbogenresonanzstein. Resonanzstein eröffnet die Tore der selben Farbe. Es gibt bunte? Was macht der Kühler jetzt? Okay. Das ist aber, also, wie gesagt, ich finde das ist eine sehr traurige Mission. K-k-k-k-k-k-k-kombo-breaker. Okay. Wieso. Kann ich jetzt hier mit dem Doppelsprung vielleicht irgendetwas erreichen oder Oder hier irgendwo. Hey wir haben Schlüssel gefunden. Der Baller ist der Mensch hat sich wieder irgendwo her Schlüssel. Aber irgendwie eine Bombenfrucht finde ich ja auch nirgends. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dazu. Ich weiß es nicht. Du bist tot. Aber jetzt geht es weiter in den Dämmerlandbergen. Kapitel 5. Legende. Das ist also der Vulkan. Das Mondblüterlager. Ich glaube es ist keine gute Idee in die Lava zu sprengen. Huch. Huch. Wer geht? Oh. Es ist dir. Entschuldigung Mithrarin. Bitte. Entschuldigung. Huch. Achso. Ihr seid Freunde. Ihr habt mich nervös gemacht ihr Arsch. Huch. Was ist das? Hä? Was ist los, Kerlis? Wir willkommen eure Presence, Sen Mithrarin. Die Präparation für die Krieg sind fast komplett. Ist das alles was noch übrig ist? Ist das alles was noch übrig ist? Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You dust will turn the tide. Ah. Well. No pressure or anything. Yeah. Ah. I'm sorry. Does General Gaius know of this place? I feel he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Serith. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. How did a moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turned their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Serith was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius' campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. And what is the way of the flameless light? I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times the moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Syntak. And we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in dust. This could take a while. We sent a carnice to power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps. Capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong because we still have to build a fire every time dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Syntak fell. And that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts. And that has remained true for countless generations. For the longest time, we believe the moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons. Stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Syntak in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your... lamps? I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer Sonjin is having trouble with our camp support systems. Go and speak with him when you can. And I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He is not checked in for many hours. But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Hey, Ginger! Ginger! Jin? Oh. Dust. It's you. Yeah. Just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen. About Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. He he. Yes. He had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. He was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listen to Jin? Yeah. He's kind of hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. This is not so good. No, Ginger. I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me. Keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family dust. He destroyed my village. Killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Aura. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin... Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path. To leave the weak to fend for themselves. To show no mercy to those in my way. Maybe someday you can be rid of his foul presence. Maybe someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk to us. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Okay. I have the little bit of Jin learned. So, Kenawa, I'm still trying to do this. I don't know if I'm going to do it again. I'm going to take a short break. I'm going to take a short break. I'm going to take a short break. And we'll see you next time. Bye. 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 Bye.